ja da sind wir auch schon wieder dem wahnsinn quasi immer noch verfallen in horse isle und wir rennen immer noch durch die welt und jetzt werden wir puzzeln schon wieder mit 64 teilen leck mich am arsch also ich muss also ich muss dazu sagen dieses diese welt oder beziehungsweise die kleinen häuser die hier sind so die general stores und so diese wunderschöne geschmückt mit kleinen minigames ja und dieses puzzle machen jetzt der love brother gemeinsam beziehungsweise gegeneinander wer schafft es schneller dieses puzzle fertigzustellen du hast ja eh schon angefangen das zählte nicht mehr vergiss es wenn ich bin rausgegangen ich habe noch nicht angefangen ja aber ich jetzt schon dann behältig jetzt jetzt also jetzt ist ja jetzt schlägt 13 aber jetzt aber aber jetzt ich baller einfach mal die teile hier so rein die werden schon passen ich mach das beim puzzeln auch immer so wenn die teile nicht passen werde ich so lange drauf rum bis sie passen also das wird schon geben deswegen sehen die bei dir so toll aus ja du hast noch nie ein puzzle von mir gesehen ja das weißt du nicht das ist nämlich eine vergangene kunst die ich nicht mehr letztes hast du da pause als gebastelt das stimmt wie soll das denn gehen siehst du das nicht also ihr seht schon ich bin puzzeln bin ich großer meister also man nennt mich auch gott des puzzles puzzle king genau ich habe schon bestimmt fünf teile richtig also freunde da geht noch was schon ein paar mehr ja du hast ja auch vorher angefangen oder cheater ja ja du hast mal weg gibst du ich hab das erste pferdekopf dingens fertig ich hab ein bein fernst du dich vor lauter freude ich hab den namen des pferdes fertig vor lauter freude ich hab mir fehlt noch ach hier ist jay da ist jenny wie soll das denn passen hä das sind zwei pferde maffe ja aber das passt hier mit dem rand schon nicht weil das sieht schon irgendwie das sind zwei pferde ja die randteile erkennt ihr ja da angehen die randteile haben den roten strich ne das ist richtig aber das passt trotzdem nicht hä wo soll denn der fuß hier ich verstehe das jetzt langsam ich nicht also ich hab schon den kopf wahnsinn hier ist noch ein rückend stück das beste am pferd ich will ich will okay ich hatte immer schon die panik wenn wir das spiel spielen und ich anfange salami witze zu machen das pferdefreund sauer auf mich wird jetzt haben wir den pferdefreund gefunden hallo tschitti ich bin das auch nicht unbedingt nett warum salami von pferde ist voll lecker gebt ihr ja gleich salami echt man muss es mögen ich hätte gerne salami pizza ja so eine pferdesalami pizza ist auch gut sollen wir eine runde bestellen können wir dann nach der sendung hier wohnen das wissen wir wir spielen hause was erwartest du von uns nicht viel jaja nicht viel hallo wo seid ihr drin damit auch also entweder hat dieses pferde viel im klumpfuß oder irgendwas läuft ihr nicht ne das muss da hinten das passt auch nicht hä das pferd ist kaput dass wir ein neues Pferd haben. Das passt alles. Ich bin da sehr... Das ist kaputt. Das muss zum Leimmacher. Leimmacher? Ja, früher wurde Leim aus Pferdeknochen gemacht. In die Leimfabrik. So, das wollte ich sagen. Hier ist nur ein Teil vom Boden. Gehört das hier hin? Vielleicht. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil ich dieses Puzzle gleich aus dem Fenster schmeiße, mitsamt meines PCs. Danke. Ich werde es einfach mal zu Ende puzzeln. Dieser Tofsuchsanfall wurde Ihnen präsentiert von MMORPG Radio und kevgames.de So sieht es aus. Das stimmt auch vorne und hinten nicht, der Scheiß. Was ist das? Jetzt passt das. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ja, puzzeln. Ich versuche es zumindest, aber es funktioniert ja alles nicht. Ich suche euch. Wer, wer, wer zur Hölle erfindet ein MMO? Ernsthaft? Ein MMO, bei dem man ein 64-Teile-Puzzle zusammenbauen muss? Das ist doch wahnsinnig. Das ist irre. Der Mann gehört ins Gefühl. Will ich mal bei einem 1000-Teile-Puzzle sehen. Irgendwas ist doch bloß ein Pferd, wenn ich mir das so bei Wolfi angucke. Ja, es ist nur ein Pferd. Ich dachte, das sind zwei Pferde. Das muss da hin. Wie soll er denn zwei Pferde haben? Weiß ich nicht. Ich dachte, das sind zwei Pferde. Ich dachte, das sind zwei Pferde. Ich glaube, es sind zwei Pferde. Ich glaube, es sind zwei Pferde. Puzzle-Pingel-Dämpel-Laufen. Ich muss nur gerade nicht, weil es very dunkel hier bei mir gerade. Very dunkel sogar. Nicht nur dunkel, sondern very dunkel. Very dunkel. Also ein Pferd habe ich geliehen für zwei Tage, das andere habe ich für immer. Cool. Du bist so ein Cheater, ey. Du bist so ein Cheater. Wallhacker. Das passt doch alles nicht. Wie geht das denn? Das Puzzle ist kaputt. Da ist ein Teil, das passt da nicht rein. Egal wie ich es drehe und wende. Das ist doch... Das ist doch... Das geht nicht. Ich leg das erstmal zur Seite. Das geht nicht. Da kann das nicht hin und da kann das nicht hin. Ich habe nur noch zwei Teile für unten. Was ist hier los? Oder gehört das vielleicht hier hin? Das ist doch der Fuß von da. Oh Gott. Oh Gott. Das ist wichtig, Cheechy-Den. Ballast. Das ist übrigens das Pferd Jenny. Wenn ich das jemals irgendwo finde, äh, ne? Das... Meine... Mein Pferd ist halt einfach kaputt. Das sieht halt anders aus als andere. Das ist, äh... Also... Wo ist denn der Rest von dem Kopf? Was ist das denn für ein Vieh? Was macht ihr denn gerade schönes? Was wusste der Rest vom Kopf? Ja, von meinem Pferde. Ja, ich suche euch. Oder die anderen. Chichi habe ich schon gefunden. Ja, ist nicht schwer. Ja, jetzt ergibt es einen Sinn. Einen Moment. Ich habe das Rätsel des Rätsels Lösung, glaube ich. Ach, hier ist... Ach, Kieger, du weißt doch, du in Taktik und so. Nein. Bitte. Da braucht man eigentlich gar keine Taktik, bin ich ganz, äh, sicher. Ey, Wolfi, habt's gleich. Ach, ich habe das komplett falsch gebaut. Ich hab's, so gut wie. Ich hab's auch fast. Ich bin fertig. Ähm, Wolfi? Nein. Nein. Ähm, nein. Der Schweif könnte irgendwie anders. Fertig. Wago? Steht da. Ja. Prima. Du hast ja Verzögerungen auf dem Stream. Du musst einfach auch bei ihm auf den Monitor gucken. Ist das die Hinterhaxe? Was ist das für ein Pferd? Das ist kaputt. Ich sage es euch. Das, äh, ja, das Rätsel heißt übrigens Jigs Saw. Das hat keine Anspielung auf Saw sein, ne? Ja, äh, äh, das gehört da auch nicht hin, das gehört da auch nicht hin. Das Pferd ist kaputt, ich sage es euch. Es ist... Okay, nachdem du auch fertig bist mit dem Rätsel, wollen wir uns, äh, noch ein bisschen umgucken hier. Ich hab keine Anspielung auf. Wieso das denn nicht? Suche. Es macht so viel Spaß, das Spiel. Ja, total. Ja. Lass uns in den Tech-Shop mal gucken. Was gibt es hier schon? Ich finde es voll schlimm, dass ihr hier über einen Sex-Shop redet und diese... Oh, noch hier. Tech-Shop, du Sex-Shop. Oh Gott, Kreuzfahrträtsel. Ja, das muss ich auch gleich noch machen. Yay. Ihr habt es tatsächlich geschafft, Radio Community, Leute, die uns zuhören. Ihr habt das Spiel ausgesucht, ihr wolltet es so haben und ihr habt mich in den Wahnsinn getrieben. Es haben schon so viele versucht und so viele versagt, aber jetzt ist es passiert. Wollen wir das Kreuzfahrträtsel an alle zusammen machen? Schaffst du das nicht, Anna? Ich hab doch... Mit der Community. Mit der Community. Ja, genau. Ich habe tolle Wörter rausgeholt. Das Blät ist kaputt. Guck dir das doch mal an. Guck dir das mal an. Okay, wir machen das mal zusammen. Ja, das ist kaputt. Kannst du das wirklich? Aber du gibst immer nur Buchstaben ein. Das ist ja... Buchstaben. Troublemakers sometimes in trees. Was heißt das? Was sind das? Troublemakers. Äh... Zegel? Ja, auf Englisch. Zegel. Opposite of high. Bugs. High, opposite is low. Das weiß ich. Nein, opposite of high. Auf H-I. Hallo, hoi. Bye. B-Y-I. Warte mal, across. Nach unten, aber, oder? Across ist... Ne, das ist down. Nein, jetzt nübe. Ja. Ich kann jetzt nicht heimlich googeln, sodass die Leute das dann noch sehen würden, aber... Scheiße. Das Pferd geht... Weißt du, was gerade im Chat geschrieben wurde? Opposite of high. Ja, da weißt du, was im Chat geschrieben wurde? Und man, der Arme Giana erst betrunken und jetzt wahnsinnig. Ich war gar nicht betrunken. Aber wisst ihr was? Das Pferd ist wirklich kaputt. Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Ich verzweifle auch gerade an. Das funktioniert nicht. Weil... Wie soll das gehen? Nein, ich... Ah, ich... Wir haben einfach... Wir haben einfach... Ich hab's... Achso. Sachen vertauscht. Das Gegenteil von high, ähm... Ja. Bye. Ich hab bye geschrieben. Ja, bye. Aber bye ist auch noch B, Y, E, oder? Richtig. Ja. Aber hier passen wir zwei... Achso. Dann streichst du wieder B, Y. Dann ist das falsch. Ja, hab ich auch gemacht. Ja, Pech. Hm, hm. Das ist... Alter, dieses Pferd, ne? Dieses Puzzle treibt mich völlig in den Wahnsinn. Das ist ein schwarzes... Yes and Spanish and Italian. Yes and Spanish... Si. Si. Ja, stimmt. Si. Ah. Wie passt es rein? Wie ist das erste Wort, was hier richtig reinpasst? Ja. Ihr merkt, wir haben richtig Spaß. Hey. Und alle so, yeah. Also mein Bein... Äh, mein Pferd hat nur zwei Beine. Meine Beine hat nur zwei Pferde. Dann hast du es richtig gebaut, glaube ich. Dann ist korrekt. Wenn du so zwei Beine hast, dann ist es richtig. So muss das aussehen, glaube ich. Oh, fuck. Jesus. Mach mich auch gerade mal transpuseln. Viel Spaß. Nein, das Wort stimmt nicht. Aber ich glaube, ich komme gut voran. Das funktioniert nicht. Dann ein anderes Wort für maybe. Nein, B-W-W-W ist es nicht. Call me maybe. Hey. Hey, I just met you. This is crazy. Call me baby. Ah, mein Hals. So, ja, Scheiße, ey. Dieses Puzzle funktioniert nicht. The best things in life, but Alice is not free. Ja, was interessiert... Guck mal, was interessiert mich? Kangas Offspring. Das sagt mir überhaupt nichts. Hat er wirklich jetzt Gay reingeschrieben? Bruce, Bruce, Bruce. Ja. Roo. Hier, das... Kangas Offspring ist Roo. R-O-O. Das ist aus Winnie the Pooh. Das hat gepasst. Ich kann auch nicht erinnern. Aber Polka Gluton, das ist doch nicht Gay. Also, na. Das passt sogar doppelt. Gay-Gay? Hat alle eure homosexuelle Zuhörer. Wir entschuldigen uns vielmals. Wir meinen nicht Gay im Sinne von Homosexuell. Wir meinen Gay im Sinne von... Diana Borger sucht nette Herren in der Umkreis Hannover. Nachdem Wolfi ja gesagt hat, er will mich nicht. Meldet euch bei ihm. Was? Schon wieder vorbei? Ja. Das ist irgendwie die lange Beziehung, habe ich das Gefühl. Nee, das läuft nicht. Ey, ich habe noch so fünf Teile an diesem beschissenen, verfickten Kackpuzzle. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Ach doch, das gehört hierhin. Kriegst du auch nicht zusammen. Es tut mir leid. Da ist der Arsch von Jenny. Hier ist noch so eine Haxe. Was macht ihr, glaube ich? Jenny, deine neue Freundin. Ja. Hier siehst du die Eifersüchtige. Das gehört hierhin? Das gehört dahin? Ich hab's gleich. 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 Das gehört dahin? Und der letzte Teil? Yes! Yes! Und wie viel hat's gebracht? Ja, bitte. Irgendwie... 6.000. 6.000 Dollar. Versuchen wir das Rätsel mal ordentlich zu lösen hier. Das ist ja blöd. Jesus Christus. Okay, dann lasst uns, ähm... Hier, Redzaki. Das Rätsel mal. Wenn du mal ein richtig krasses Rätsel haben willst, dann musst du dich hier an diese Morse-Maschine stellen und versuchen zu morsen. Wenn du das hinkriegst, dann schenke ich dir ein Pferd, wenn ich eins hab. Er hat doch schon zwei. Das ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Das geht gar nicht. Oh, es ist niedlich. Ja, diese Nebeleffekte reißen natürlich mein PC wieder völlig in andere Sphären des... Oh, hier ist das Kreuzworträtsel. Ähm, ja, also es ruckelt wie Sack. Also das kann doch nicht mein Ernst sein, dass dieses Spiel ruckelt. Dein Ernst? Mein Ernst, ja. Oder mein Peter. Oder mein... The wear huge eyeglasses. They wear huge, huge eyeglasses. Olds? Blindfische? Korrekt. Das ist die Lösung. Haha. Passt noch nicht rein. Kann man doch hier was machen? Nickname of For Angus. Triple Games. Warum fragt man mich so bitte? Was ist das für eine Frage? Hier Giga, Giga, komm mal her. Komm mal in diesen Klamottenshop, da können wir gegeneinander spielen. Au. Das ist heiß. Wo? Kann man da gegeneinander spielen gegen andere Spieler? Ja. Aber da muss auch ein anderer Spieler da sein. Dann lass uns in den Klamottenshop gehen. Ist ja langweilig mit dem Toyotret. Das war es ja nicht. Keine Aufgabe hier. Also falls ihr euch denkt, dass ihr an diesem Tisch... Äh, falls ihr denkt, dass es irgendwie... So, dass... Ja, warte, warte, ich komm gleich. ...das YouTube gerade irgendwie Probleme hat zu laden. Es ist nicht so. Es liegt am Spiel. Ähm, ah, hier. Ja, du musst, du musst... Invite, ähm... Du musst das auch playen. Hier, Invite, flank dazu. Auf geht's. Ja, ich muss erst mal... Wie geht das? Mich vorbereiten. Invite, Invite, Invite. Was ist das? Ich hab dich schon invited. Was müssen wir machen? Yay, Lobby. Was können wir denn gegeneinander spielen? Triple Game. Christiana? Ja? Weißt du was? Du kannst mal Musik machen. Nein. Jetzt muss ich erst noch gegen Giga hier... Echt? Was muss ich denn... Was muss man denn hier machen? Worum geht's denn hier? Du musst da irgendwo hinklicken. Und dann kommt der Diamant. Und was dann passiert, werden wir rausfinden. Ja, so. Und jetzt baller ich den nämlich da hin. Aha! Ja, da hast du dich mit gerechnet, Giga. Ha! Freunde! Freunde! Ah! Ging ja, der Zug. Ich glaub, ich spin. Ich setz den blauen. Jetzt müsst ihr uns mal in Ruhe lassen. Das ist eine Challenge. Ich bin besser. Ich bin besser. Du glaubst nicht, dass ich das als Giga vs. Viana nutze. Ich glaube, wer... Ah, ja. Ich hab raus, was man machen muss. Ha! Ja, du musst halt immer drei in eine Reihe bekommen, ne? Ach, in eine Reihe? Ach, verdammt. Ich hab raus, was? Scheiße. Giga hat jetzt 90 Punkte und ich hab null. Und jetzt kriegt Giga nochmal Punkte. Das ist doch scheiße. Das Spiel ist doch blöd. Ne, Giga war... Achso, der hatte noch null. Ich dachte, du kannst das jetzt. Ach, ich glaub, ich häng. Das ist mir mittlerweile überholt. Ich glaub, ich spin. Giga, du musst du hetzen. Ach, ne, ich. Bist du böse. Bin ich gut. Zack. Jetzt hab ich blaue. Achso, ich seh gar nicht. Ach, das ist jetzt. Jetzt hab ich's verstanden, okay? Äh, ja. Das ist unfair. Oh, yeah. Na, Wolfi, wirst du von Frauen fertig gemacht? Nein. Er hat 540 und ich hab 970. Ich hab auch 540. Aber Giga hat nur 270. Da hast du mir selber entsteig. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, sieht gut aus, oder? Also, Leute, gerade ist es wirklich interessant, in den Livestream zu gucken. Bis... Ja, bis ich da reingucken. Bis keine mehr da sind, wahrscheinlich. Okay. Wie lange geht das Spiel? Ich will ein Pferd. Warum heißt das Spiel aus Eil? Achso, scheiße. Also, wenn du uns nichts gesagt hättest, wäre mir gar nicht eingefallen, dass ich im Livestream deine Steine sehe. Alles klar. Kein Wunder, warum sie so gut sind. Nein, ich meinte ja gerade eben, wenn du nichts gesagt hättest, hätte ich jetzt nicht reingeguckt, aber ich hab mein Fenster drüber geschoben, ich sehe deine Steine nicht. Das Spiel geht noch zwei Runden, weil ich hab jetzt noch zwei Steine. You have ten games left to place, okay? Letzter Stein. Yeah, I've won. Yeah. Das krieg ich jetzt. Oh. Hey. Oh. Ja, auch diese Channels. Ich habe jetzt 17.500. Wollen wir das nochmal machen? Ja. Ja, aber weh, du guckst es mal. Nein, ich hab das Fenster drüber geschoben, ich sehe nichts. Auch diese Challenge. Ah, ich kann nicht. Dieses Spiel treibt mein Gehirn kaputt. Auch diese Challenge hast du verloren. Okay, lass uns eine Revanche machen. Du musst jetzt erstmal deinen letzten Platz setzen. Und hier, los. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich krieg nicht mehr Geld dafür. Wo kriegt man denn ein Pferd hinher? Was? Moment, kann ich bitte jetzt wieder raus? Wie, ich krieg kein Geld dafür. Nee, du kriegst ja nur noch für. Ehe. Wo krieg ich denn so ein Pferd jetzt mal her? Das muss doch gehen. Das ist doch hier ein Pferdespiel. Hier, Red Saki, der blöde Penner. Der hat ein Pferd. Ich flippe aus. Ja, der hat doch zwei. Hast du dich zugehört? Ja, doch, aber jetzt sehe ich das. Oh, ich bin so doof. Guck mal, eins drüber. Ich kann eins drüber werden, ja? Ja, jetzt krieg ich Liga auch noch eins. Die hat gerade nicht geklappt. Das ist richtig. Ja, 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 ich komm raus. Nee, 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 nee. Nee, ist schon okay. Hier sind Jobs. Read. Kettleherding-Job, Construction-Job, Geohunt-Job, Math-Mind-Job, Planet-Job, Retailer-Job, Same-Same-Job. Ich nehme mal Kettleherding. Das klingt richtig spannend. You may work eight more times. Easy work, medium work, hard work, muscle work. Hardware. Bin zu doof. Bin zu doof. The object here is to drive all the cattle and the coral into the shed of the bottom of the screen. Use your right and left arrow keys to turn your horse. And the upper arrow keys to control the speed. Es war jetzt Glück. The right and left keys correspond to pull. Okay. Ich mache erst mal, ich mache mal Medium. Mann, ist ja Gamer. Ich kenne mich doch aus. Yay! Ich rappe überhaupt nicht. Was zur Hölle? Wo müssen die denn hin? Wo hast du denn jemanden angesprochen? Da ist so ein Schild in dem Laden, wo ich gerade stehe. Und da steht, oh, jetzt rennt sie in den Wald. Und ich renne hinterher. Hä? Wo müssen die hin? Da ist ein Schild im Laden? Ja, da steht Jobs drauf. Was, Karsten? Hier, da müsst ihr rein in die Höhle, damit wir die sprengen können und ihr Schnitzelregen kommt und so. Oh, Mann, ihr… Ich kriege ja halt was zurück. Welchen Job hast du denn angenommen? Kettle Hurting. Oh. Ah, okay. Gönn mir doch auch mal ein Punkt. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was bei dir als nächstes kommt. Ui. Da treibt man die Kette alle in der, 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 in a, in der. in eine Miene in eine Höhle, meine ich und dann wird der Mütter ich kann echt nicht mehr reden dieses Spiel treibt mich in den Wahnsinn du bist krank Mensch Wolfi, was los? wo sind deine Punkte? ja, da sind sie los, lauf du blödes laufendes Schnitzel lauf, lauf, Reiner ey, gehts nicht aber man gibt immer Geld ach so, GZSZ da hat man Sören Vogelsang mitgespielt wusstest du dir das? das können wir denn hier alles kaufen der hat eine Kaffeelatte und ein Milchkaffee bestellt das solltest du was Neues besorgen, das schaut so komisch aus und hast du gefunden? Shirts und Tops oh, gibt es was Pinkes? ja dann zieh es an, Wolfi Pink T-Shirt für die Leute im Livestream, wer im Chat gerade ist ich hab's an ich sucht euch die Farbe aus, die Wolfi anziehen hast du das eigentlich auch aufgezeichnet, Wolfi? was? zeichnet der Stream auch auf? sollte er dann können wir das ja in zwei Sachen online stellen warte haben wir noch pink Hosen? Pink Shorts also Pink also Wolfi und ich laufen dann jetzt im Partnerlook ne 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 machst du ne Pipi-Pause ich muss das Spiel erst noch fertig spielen weil man das natürlich nicht unterbrechen kann dementsprechend so lange musst du jetzt auch aushalten oder du gehst einfach pinke Schuhe dann kannst du das Mikro mitnehmen ne 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 äh bis später ja, viel Erfolg bin mal ne Stunde ab ja man das kostet bestimmt noch einen Haufen Geld das musst du sparen für ein Pferd und so und ach ich hab 17.000 dran ich also wo habt ihr das ganze Geld her? ich bin jetzt auch voll cool gestylt hier ich habe das Spiel gespült hier ja, so ist es super, jetzt können wir hier durch die Gegend runter und dann was hast du gespült? ja, gespielt das eine Spiel hier mit, äh, Wolfi da hab ich ganz viel Geld bekommen ich hab nix bekommen ich hab gewonnen was ist denn hier los? du seid voll alle abschieben das gibt's ja wohl nicht wir haben keine Cola eingesetzt vielleicht es geht ja auch um Geld ach so, können wir da erstmal in den Gästen spielen nein, nein du hast halt nichts auf die Bank getan so wie wir ja, entschuldigung sollen wir im sollen wir in den Barbershop mal gucken ob es da auch ein Spiel gibt ja wir können da gerne mal reingucken ich weiß nur, dass ich da mal eine Frisur gemacht habe ja echt? ich hab da noch gar nichts gemacht oh ne, es gibt hier hinten so ein Heftchen das ich noch nicht geklaut habe ey, das hab ich schon kopiert ja ok, dann war ne spannende Spiel also was, was habt ihr gesagt kostet ein Pferd? 28.000 28.000 jetzt schon? dann brauch ich ja bloß noch 11.000 ja, der hat doch vorhin gesagt 8.000, da bin ich ja mit meinem 10.000 noch relativ fast wo kann man denn so ein Pferd kaufen? da musst du noch Geschirr kaufen, damit du dich drauf hinsetzen kannst ach du auch noch ja, das ist richtig wo kann man das denn kaufen? wo kann man das denn kaufen? aber ich kann wahrscheinlich versuchen ähm, ein Pferd zu äh zu trennen war das ist Morseweichen? ja, viel alter, wenn du das schaffst, Steffi, ne? so, wo war denn das? work again, yeah, das hat so viel Spaß gemacht wie viel Geld habe ich gekriegt? 500! yeah! ja! 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 kommand forward and it's right degree, left degree problem ich würde mach... ja! ja!